Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Thema Portfolio Management. Aber halt, denn während viele mit dem Begriff Portfolio Management automatisch an Aktien und Wertpapiere denken, haben wir heute einen anderen Fokus. Wir lassen die Börsenkurse links liegen und konzentrieren uns stattdessen darauf, wie Vorhaben gesteuert und gemanagt werden. Also keine Bären- und Bullenmärkte, sondern lasst uns gemeinsam herausfinden, wie man ein Portfolio von Vorhaben so navigiert, dass es den größten Mehrwert schafft. Mein Name ist Marisa Hofmann, ich bin Beraterin im ZDB und freue mich, meinen heutigen Gast im Podcast begrüßen zu dürfen. Julia Jarpitz, welche bei Atruia die Portfolio- und Formungsstrategie verantwortet. Hallo Julia, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Marisa, schön heute hier bei dir zu sein. Julia, hol uns doch gerne mal kurz ab für diejenigen, denen Atruia noch nicht ganz so geläufig ist. Was macht Atruia eigentlich ganz genau? Ja, gute Frage. Ich glaube, damit sollten wir unbedingt starten, erst mal Atruia vorzustellen. Man sprach früher gerne von Rechenzentren, IT-Dienstleistern und Atruia, das ist der Digitalisierungspartner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Die Ursprünge von Atruia, die reichen fast in das Jahr 1924. Also man kann sagen, wir feiern dieses Jahr unser 100-Jähriges. Uiuiui. Genau. Und ein Stück weit noch bevor es überhaupt PCs gab, gab es uns schon. Und heute umfasst das Spektrum von Atruia vieles beginnend von klassischen Kernbankverfahren bis hin zu App-Entwicklungen und alles, was erforderlich ist, um unsere Kunden, unsere Banken auf dem Weg zu ihrer Digitalisierungsreise im Rahmen der Transformation auch zu begleiten. Das heißt, in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe haben wir ungefähr gerade um die 700 Rolfs- und Raiffeisenbanken. Wir haben aber natürlich auch weitere Kunden bei uns im Portfolio aus dem Privatbankensegment, aber auch Kunden aus anderer Branche. Ich hatte eingangs gesagt, das Portfolio steuern. Jetzt könnte man dich sozusagen als Art Steuerfrau beschreiben. Was ist dein Verantwortungsbereich eigentlich ganz genau? Ja, schöne Formulierung. Hinter dem Begriff Portfolio-Management oder Portfolio-Steuerung verbirgt sich ja sehr vieles. Wie du es gerade in deinen Eingangsworte gesagt hast, normalerweise, wenn man über Portfolio spricht, denkt man klassisch an Anlagegeschäft, Wertpapier, Aktien, Depots etc. Hinter Portfolio-Management verbirgt sich im Sinne der Atruia das Lösungsportfolio. Also alle IT-Lösungen, alle Möglichkeiten, die wir unseren Kunden anbieten, um ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern, um wettbewerbsfähig vor Ort zu sein, um aber vor allem auch auf die Kundenbedarfe ihrer Kunden wiederum reagieren zu können. Und es ist ein Stück weit das, womit sich mein Team und ich beschäftigen. Wir gucken uns gerade an, was sind eigentlich die Trends draußen gerade am Markt? Was sind die Bedarfe unserer Kunden? Was sind die Bedarfe ihrer Kunden wiederum? Was brauchen gerade auch die Banken, Finanzinstitute draußen vor Ort, um wettbewerbsfähig zu sein, um sich aber auch ein Stück weit vom Markt auch zu unterscheiden, um auch weitere Wachstumsmöglichkeiten zu generieren? Und da ist natürlich die Frage, wie können wir das Ganze idealerweise auch mit entsprechenden IT-Lösungen unterstützen? Insofern setzen wir uns auf der einen Seite mit dem zusammen, was die Marktanforderungen sind, was regulatorische Belange sind, was die Bedarfe unserer Kunden sind und versuchen daraus, das Lösungsportfolio zu kreieren, um unsere Kunden für die Zukunft vorzubereiten. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei so vielen Kundinnen und Kunden, knapp 1000 Banken, dass einfach eine Vielzahl von IT-Anforderungen gestellt werden. Da eine neue App, da eine Erweiterung. Woher wisst ihr eigentlich, was die wichtigen und dringenden Themen für eure Kundinnen und Kunden sind? Ja, so langsam kommen wir auch Richtung, sage ich mal, Eingemachtes. Was ist es eigentlich, was das Herzstück auch des Portfolio-Management ist? Und das ist genau dieses Thema zu herauskristallisieren, was sind eigentlich genau die Themen, die gerade unsere Kunden beschäftigen und wie kriegt man da vor allem die richtige Priorisierung hin? Und da ist sicherlich ein Stichwort das agile Portfolio-Management. In der Vergangenheit, ich hole mal ein bisschen aus, in der Vergangenheit haben wir viele Lösungen wasserfallmäßig entwickelt. Was heißt Wasserfall? Man glaubte zu wissen, was der Kunde braucht, was die Anforderung ist, hat das in ein Projekt gegossen und die nächsten drei bis fünf Jahre hat sich die komplette Organisation um solche Vorhaben gekümmert, bis dann die Lösung dann auf den Markt kam. So, mittlerweile ist der Markt ja so lebendig, so schnelllebig. Es sind so viele neue Einflussfaktoren, die gefühlt täglich auf uns einpassen. Da funktioniert eine Wassermahl-Methodik nur bedingt. Insofern haben wir uns einem agilen Vorgehen gewidmet und gesagt, lass uns ein bisschen besser und vor allem auch in kürzeren Zyklen versuchen, Dinge zu entwickeln und das möglichst iterativ, um die Möglichkeit zu haben, auf die neuen Einflussfaktoren, auf die neuen Anforderungen deutlich besser reagieren zu können. So, insofern ist unsere Aufgabe auf der einen Seite, möglichst kurzfristig auch diese Impulse auch aufzugreifen und zu verstehen, was sind einmal gerade die Gegebenheiten des Marktes, des Wettbewerbs, was spiegeln uns unsere Kunden. Also absolut, ich sage immer, der Kunde spielt hier natürlich eine unfassbar wichtige Rolle, die Impulse immer wieder aufzusaugen und zu verstehen, was die tagtäglich beschäftigt und vor allem, was ihre Kunden den wiederum spiegeln und auch neuen Bedarf für den Gegenüber auch adressieren. Aber natürlich auch Trends und auch Gegebenheiten der genossenschaftlichen Finanzgruppe selbst. Und da ist die Zusammenarbeit mit dem BVR, mit dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken unfassbar wichtig, wo auch das bundesweite Strategieportfolio verankert ist, wo wir für uns auch immer wieder abgleichen, wie passen eigentlich die Gegebenheiten dort mit unserem Portfolio gut zusammen. Regulatorische Aspekte in einem sehr regulierten Markt, wie nun mal das in der Finanzbranche der Fall ist, darf man hier auch nicht außer Acht lassen. Und all diese Dinge, und du merkst, das ist jetzt schon alleine in der Aufzählung unfassbar viel, heißt das für uns gut zu sortieren, zu koordinieren, daraus rauszupicken, was sind es eigentlich jetzt genau die Aspekte, die wir entsprechend auch vorrangig behandeln müssen. Und da hilft natürlich sehr eine Methodik und die braucht man auch, um gut all diese Themen in eine, sage ich mal, Reihung und Priorisierung zu bringen. Du erwähntest gerade das Stichwort Methodik. Jetzt liegen zahlreiche Wünsche, Anforderungen vor. Du erwähntest gerade, wo die alle herkommen, BVR, Stichwort Trendsregulatorik. Wie geht es jetzt ganz genau in deinem Team weiter? Stichwort rund um agiles Portfolio heißt ja auch natürlich eine Agilität und auch die agile Entwicklung zu leben, bedarf auch gewisser Systematik. Sonst würde man sich ja auch verzettelt bei der Menge an Anforderungen, die auf einen reinprasseln und natürlich auch, wie du es gerade formuliert hast, wünschen, die auch an uns adressiert werden. Eine Methode hilft uns definitiv, um erstmal in eine Reihung und Priorisierung zu kommen. Und wir helfen uns da auch dem sogenannten, wir nennen es WSJF. Und um das mal auch auszuformulieren, was ist diese kurze Formulierung WSJF? Dahinter verbirgt sich der englische Begriff Weighted Shortest Job First. Wenn man das kurz vielleicht zusammenfasst und sagt, ist es eigentlich ein Quotient aus Aufwand und Nutzen? Da fallen verschiedene Faktoren mit rein und die Idee dahinter ist zu verstehen, was muss ich eigentlich insgesamt alles an Aufwand aufbringen und was für Nutzen generiert eine bestimmte Lösung. Und wenn der Quotient möglichst hoch ist, heißt es, ist es ein Thema, was wir vorrangig behandeln müssen. Und die Kunst besteht ja darin, im Rahmen des agilen Portfolio die Ressourcen bestmöglich zu steuern. Und von welchen Ressourcen spreche ich? Das ist natürlich der Mensch, die Expertise, die Fachexpertise, die wir bei uns im Hause haben. Das ist aber natürlich auch, sind die Euros. Wie kann man bestmöglich die Euros einsetzen, um daraus ein bestmögliches Lösungsportfolio zu kreieren? Dann aber auch natürlich die Zeit. Also das klassische magische Dreieck ist auch hier gefragt. Und das entsprechend unterstützt durch WSJF, wie ich es gerade sagte, hilft uns, in diese Reihung überhaupt zu kommen. Und sicherlich keine einfache Aufgabe. Deswegen habe ich auch gerade einen Moment gebraucht, um das, sage ich mal, auch zu erörtern. Denn das eine ist, eine Methode anzuwenden. Aber dahinter steckt ja viel mehr. Das sind Menschen dahinter. Das sind Emotionen dahinter. Das sind natürlich viele Wünsche und Bedarfe dahinter. Jeder kämpft natürlich auch für sein Thema. Und wir sprechen gerne in unserem Unternehmen über die sogenannte rote Linie. Ja, eine rote Linie, die letztendlich uns sagt, was an Themen schafft es in die nächste Iteration rein und was aber auch nicht. Und das heißt auch für diejenigen, die es nicht über diese rote Linie geschafft haben, erst mal zu warten und sich auf die Themen zu konzentrieren, die es drüber geschafft haben. Jetzt kenne ich es aus meiner eigenen Erfahrung. Priorisieren ist auch was, was wehtut, was auch Emotionen auslöst. Vielleicht noch mal ganz konkret. Wie macht ihr das in der Praxis? Also wie kann ich mir das vorstellen? Trifft sich ganz Atuvia tatsächlich zusammen? Oder wie geht ihr da vor? In Atuvia haben wir uns einen Viererrhythmus gegeben. So nennen wir ihn gerne. Alle zwölf Wochen versammelt sich das Topmanagement und geht iterativ vor. Also da sieht man auch schon im Sinne des agilen Vorgehens die Möglichkeit, alle zwölf Wochen Themen reinzubringen. Darüber hinaus, und zwar ist es meistens im Herbst, im Oktober, treffen wir uns zu sogenannten Planungswochen oder Planungstagen. Und bei uns im Unternehmen gibt es immer wieder ein Stück weit Gerüchte. Was ist eigentlich, was verbirgt sich hinter dieser Planungswoche? Was macht ihr da? Wir treffen uns, diskutieren alle relevanten Themen, die für das Folgejahr relevant sein werden. Da fließen die verschiedenen strategischen Impulse rein, die wir vorhin auch besprochen haben, im Sinne von, was hat überhaupt Einfluss auf unser Portfolio? Und dann beginnen wir, all die Themen, die fürs Folgejahr relevant sind, zu reihen, anhand unserer Methodik. Und damit steht sozusagen das initiale Portfolio für das Folgejahr. In den Iterationen da drauf, wie ich es gerade gesagt habe, in einem Viererrhythmus, sprich alle zwölf Wochen, haben wir die Möglichkeit, dieses Portfolio nochmal anzuschauen, zu bewerten, zu schauen, passt das noch? Gibt es gewisse Themen, die vielleicht noch zusätzlich reinkommen sollten, weil sich gewisse Anforderungen des Marktes vielleicht verändert haben oder vielleicht auch neue regulatorische Aspekte hinzugekommen sind? Oder aber auch, dass wir sagen, ein anderes Thema ist jetzt so viel gewichtiger, dass wir dafür ein anderes Thema depriorisieren müssen zugunsten eines Themas, was gerade aufgrund der Kunden- oder Marktanforderungen Vorrang hat. Und das ist die gewisse Flexibilität. Und ich spreche gerne auch das Atmen des Portfolios, was wir uns damit sicherstellen und auch die Möglichkeit, immer wieder auf verschiedene Impulse auch reagieren zu können. Jetzt hattest du mehrmals das Stichwort Kundenorientierung genannt. Was tut ihr, um die Kundeneinbindung im Prozess, also im agilen Portfolio Management zu fördern? Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Sehr gerne. Ein super wichtiges Stichwort der Kunde. Ich sage mal, gerade wenn man im IT-Umfeld unterwegs ist, ist man immer darauf bedacht, so bestmöglich Technologien einzusetzen, bestmöglich die Dinge zu entwickeln. Da darf natürlich aber der Kunde nicht außer Acht gelassen werden. Ich spreche gerne von Customer Journeys, also von der Kundenreise und die kann ja auch nur mit dem Kunden beginnen. Für mich ist der Kunde an erster Stelle und die Anforderung letztendlich, die er an uns adressiert, ist auch diejenige, die von Relevanz ist und die auch dann zur konkreten Lösung auch hinterher entwickelt werden muss. Die Kundenorientierung spiegelt sich bei uns an unterschiedlichen Stellen wider. Mal davon abgesehen, dass das auch eine Komponente in dem sogenannten WSJF-Wert, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist, haben wir beispielsweise bei uns im Unternehmen auch den sogenannten Marktvote auch noch eingeführt darüber hinaus, um auch immer wieder mal abzugleichen, passt das überhaupt im Sinne von, stimmt das mit dem überein, was der Kunde uns auch zurückspiegelt. Und immer wieder iterativ mit dem Kunden einen Dialog zu treten und zwar in unterschiedlichen Zyklen während einer Produktentwicklung ist einfach essentiell. Also von dem Moment erstmal zu erfahren, was ist eigentlich der konkrete Bedarf? Bis hin zu, wenn es dann zu einer konkreten Lösung geht, die aber auch im Sinne eines Customer Experience Ansatzes auch zu vertesten und zu gucken, das, was wir entwickelt haben, passt das auch. Muss es vielleicht nochmal adjustiert werden, damit die Lösung, die dann hinterher tatsächlich am Markt ist, auch diejenige ist, die auch intensiv auf frequentiert wird. Denn nur dann haben wir alle Freude an diesem Portfolio und dann bringt es uns allen was. Und darüber hinaus, wir haben das komplette Portfolio jetzt nach Kundenbedarfen auch strukturiert. Wir haben uns die Frage gestellt, was sind eigentlich genau die sogenannten Bedarfsfelder, die darauf einzahlen, den Kunden bestmöglich in die Zukunft zu begleiten. Insofern all das, was wir jetzt gerade tun, das komplette Portfolio orientiert sich ausschließlich aus der Perspektive, wie zahlt es auf den Bedarf des Kunden ein? Bedarfsfelder, Bedarf, hört sich jetzt im ersten Augenblick erstmal sehr abstrakt an. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Was sind das für Bedarfe? Sieben Bedarfsfelder haben wir definiert. Warum sieben? Sieben kann man sich gerade noch gut merken und ist auch eine schöne Strukturierung. Ich will jetzt gar nicht jedes einzelne Feld im Detail durchgehen, aber vielleicht um einfach nur ein Beispiel zu nennen. Was steckt dahinter? Das sind Themen rund um Interaktion um Markt oder Themen um Kollaborationstools oder auch Technologieservices. Zu jedem dieser Bedarfsfelder gibt es ein Zielbild. Also um das ganze Thema beispielsweise Kollaboration zu nehmen, zu sagen, wie muss eigentlich bestmöglich Kollaboration in einer Bank, in einem Unternehmen funktionieren und welche Unterstützungsleistung braucht dazu? Also wie nutze ich dann den Austausch innerhalb des Unternehmens zusammen? Bei dem Thema beispielsweise Interaktion um Markt schaue ich aber auch konkret auf, wie funktioniert eigentlich die komplette Customer Journey über die verschiedenen Kanäle? Wie stelle ich da sicher, dass es durchgängig ist? Also auch im Sinne des 24-7-Ansatzes, dass ich jederzeit rund um die Uhr unterschiedliche Lösungen bestmöglich auch und idealerweise ohne Unterbrechung friktionsfrei auch für mich nutzen und realisieren kann. Und das ist im Grunde genommen der Gedanke, zu jedem Bedarfsfeld ein Zielbild zu haben. Hinter jedem Bedarfsfeld verstecken sich kleiner geschnittene Bedarfe. Und wenn all diese in der Vollumfänglichkeit erfüllt sind, haben die Banken, wenn wir jetzt von den Banken sprechen, die bestmögliche Voraussetzung, um ihre Bank der Zukunft zu bauen. Das ist so ein bisschen unser Slogan, den wir an der Stelle auch geprägt haben, um die Banken auch für die Zukunft fit zu machen, Wettbewerbs zu machen und ihnen auch einfach eine Chance zu geben, all die Felder, die gerade am Markt relevant sind, aber auch vor allem für ihre Kunden relevant sind, auch bedienen zu können. Bank der Zukunft, gutes Stichwort, denn ich glaube, keiner hat so einen guten Blick über das Portfolio wie du, Julia. Jetzt würde mich natürlich interessieren, mit Blick in die Zukunft vielleicht auch. Wie siehst du denn ganz konkret die Bank der Zukunft und welche Lösungen braucht es vielleicht auch dafür? Ich glaube, die eine Bank der Zukunft existiert nicht. Das zeigt ein Stück weit ja auch die Heterogenität der Gruppe und der Banken. Die Banken haben sehr unterschiedliche Angänge, sind auch einfach in ihren Strukturen sehr unterschiedlich. Nichtsdestotrotz gibt es gewisse Dinge, die sie alle vereint. Wenn wir von den Banken in der genossenschaftlichen Finanzgruppe sprechen, dann ist sicherlich für mich nach wie vor der wichtigste USP, das ist die Regionalität. Die regionale Verankerung ist, glaube ich, etwas, was eine absolute Stärke in der genossenschaftlichen Finanzgruppe ist und bietet einfach die bestmögliche Voraussetzung, wirklich alles, was die regionalen Spezifika ist, zu berücksichtigen, zu kennen, was sind eigentlich genau die Bedarfe vor Ort. Und auf die Art und Weise kann man natürlich auch die Kunden, sei es ein Privatkund, aber vor allem auch die Firmenkunden, den Mittelständler und auch die kleineren Gewerbekunden deutlich besser ansprechen. Darüber hinaus ist es sicherlich das Thema der Kundenzentrierung. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur wenn wir genau verstanden haben, was der Endkunde tatsächlich benötigt und darauf die passende Antwort formulieren können, nur dann gelingt es einer Bank zukunftsfähig zu sein und vor allem auch effektiv zu sein und die Lösungen auch anzubieten, die der Kunde tatsächlich auch frequentiert. Und es ist, man muss da auch sehr stark, glaube ich, Unterscheidungen zwischen der Bedarf des Kunden beginnt Dinge, die fast selbstverständlich sind, die zu einem Standard gehört, dass sich jederzeit 24 Stunden, sieben Tage die Woche überall die Dienstleistung abrufen kann, ist mittlerweile fast ein Selbstverständnis geworden. Aber dann mit gewissen, sage ich mal, neuen Services, vielleicht auch Mehrwertservices, vielleicht auch Dingen, die auf das ganze Thema Aufbau von Ökosystemen auch aufbaut. Wenn man in die Richtung es schafft, nochmal einen Weg zu gehen, dann schafft man auch tatsächlich, glaube ich, nochmal einen Unterschied zu machen. Und vielleicht einen Aspekt auch nochmal hervorzuheben, der, glaube ich, hieran sich sehr gut anknüpft, ist das Thema digital persönlich. Also es ist ja immer wieder die Diskussion, gerade bei den Finanzinstituten, was ist es? Ist es jetzt eine reine digitale Bank, die ich zukünftig benötige? Oder braucht es den persönlichen Kontakt? Und ich glaube, die Diskussion, die jetzt in den letzten Jahren doch sehr, sehr intensiv an unterschiedlichen Stellen geführt wurden, zeigt eins. Es braucht beides. Also nur das eine auf Dauer wird nicht funktionieren. Es gibt immer wieder Momente, sowohl im Privaten, aber auch im Business-Kontext, wo man einfach sieht, da braucht es die Schnittstelle zu einem Berater zu, vor allem der Kompetenz vor Ort. Wenn es um bestimmte Ereignisse oder Finanzierungen geht, da braucht es auch ein bestimmtes Vertrauen und dieses Vertrauen regional geprägt vor Ort zu haben und das aber bestmöglich unterstützt durch Automatisierungen, sei es aber auch durch vielleicht zukünftig auch deutlich stärker auch Blick auf künstliche Intelligenz. Ich glaube, in diesem bunten Blumenstrauß, der sich daraus ergibt, liegt irgendwo die Wahrheit. Und diese Felder auch unterschiedlich zu bedienen, also in der Kombination nah am Kunden zu sein, regional verankert, immer wieder in der Interaktion digital, aber auch persönlich, wenn der Kunde dich benötigt. Und das unterstützt durch Technologien, die darauf einzahlen, dass Lösungen deutlich automatisierter und effizienter vonstatten gehen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, aber auch ein Stück weit auch ein Erfolgsrezept, um Wettbewerb zu sein, um auch die Bank der Zukunft bei sich vor Ort in der Region zu sein. Laufen wir künftig dann doch nicht alle mit VR-Brillen rum? Sehr schön. Du hast uns einen guten Einblick gegeben, über wie kommen Themen eigentlich zu euch? Wie werden diese priorisiert? Stichwort WSJF. Und wo entwickelt sich auch das Portfolio in der Zukunft hin? Vielleicht nochmal so ein Stück weit rausgesohmt. Jetzt hat Adrovia als Unternehmen ja auch in den letzten Jahren eine große Transformation durchgemacht. Ihr habt den Prozess des agilen Portfolio-Management auch kontinuierlich weiterentwickelt. Welche Erfahrungen hast du mit der Methode, mit dem Prozess gemacht und so ein Stück weit kritisch hinterfragt? Wo liegen vielleicht auch die Grenzen der Methode? Ich bin ein absoluter Überzeugungstäter, wenn es um das Thema Agilität, agile Entwicklung, agiles Portfolio anbelangt. Nächstesetrotz habe ich auch tatsächlich auch Grenzen der Methode auch kennengelernt. Und ich glaube, die Wahrheit liegt auch darin, eine Methode ist nun mal eine Methode und sie ist auch nur so gut, wie sie angewandt wird, wie sie angenommen wird. Und auch diese hat irgendwo natürlich ihre Grenzen. Und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, nicht zu dogmatisch an solche Dinge auch ranzugehen und zu sagen, so, das ist jetzt genau das Vorgehen und ich werde jetzt strukturiert, koste, was es wolle, immer wieder mich an diesen Prozess fast, ich sag mal, sklavisch begeben. Das ist es nicht, sondern eine Methode ist eine Unterstützungsleistung. Das hilft und es hilft aber auch nicht, es gießt kann, technisch über alles zu kippen. Und deswegen da ein gutes Gespür zu haben, wirklich nah an der Organisation zu sein, sich immer wieder mal auch zu hinterfragen und reinzuhören im Sinne von, wie funktioniert es? Wie wirkt es? Wirkt es auch an allen Stellen? Gibt es vielleicht aber auch Dinge, wo man vielleicht nochmal bewusst nochmal ein Thema rausnehmen sollte, nochmal nachjustieren sollte? Das ist es, glaube ich, was auch letztendlich den Erfolg auch so einer Methode ausmacht, genau zu verstehen, was sie kann, was sie aber auch nicht kann und eine gesunde Mitte auch irgendwo zu finden. Wichtig ist, finde ich auch dabei, immer wieder sich auch raus zu zoomen. Wenn man in einer, glaube ich, in seinem sehr methodischen Kontext unterwegs ist, dann verfällt man sehr gerne und oft in den Details. Und da bewusst mal sich rauszunehmen, also wirklich so Zoom out, rausgezogen und zu sagen, was ist eigentlich das große Ganze? Was ist das gesamte Bild und wie passt das alles zusammen? Und auch immer wieder, wie gesagt, mit Menschen verstandbar ranzugehen, aber auch gerne auch mit einem Gespür für den Markt und für den Kunden und zu gucken, das, was wir jetzt rein von der Methode jetzt als Ergebnis rausgekriegt haben, ist es das? Und deswegen ist die Kombination auch so wichtig. Auf der einen Seite der Methode die Chance zu geben, in eine Reihung und Priorisierung im Portfolio überhaupt zu kommen, aber zeitgleich wiederum den Menschenverstand auch einzusetzen, wie beispielsweise eines Top-Managements und zu sagen, passt das überhaupt noch alles zusammen? Und idealerweise aber auch nochmal mit dem Kunden an der einen oder anderen Stelle auch nochmal zu validieren und zu gucken, entspricht das genau der Anforderung oder auch nicht? Und das ist, glaube ich, die Mischung, die es ausmacht im Sinne von die Methode als eine Grundlage zu verstehen, sie dafür zu nutzen, um überhaupt in diese Reihung zu kommen und dann mit einem gesunden Menschenverstand heranzugehen, aber auch mit einem Gespür für den Markt und den Kunden unterm Strich rauszubekommen, was ist es denn jetzt? Was ist jetzt genau das initiale Portfolio oder hinterher das Lösungsportfolio und daraus für sich auch entsprechende Schlüsse zu ziehen? Für die Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns, die vor ähnlichen Herausforderungen vielleicht stehen und auch ein agiles Portfolio-Management etablieren wollen. Jetzt sagtest du gerade Flexibilität in der Methode. Hast du vielleicht noch ein, zwei andere Praxistipps, wo du sagst, Mensch, das waren einfach so Stolpersteine? Ich glaube, da ist es wichtig, bei einer Einführung des agilen Priorisierungsprozesses darauf zu achten. Schritt Nummer eins, ganz viel Geduld mit sich bringen. Das ist etwas, was reifen muss, was auch Zeit braucht. Eine Veränderung dieser Art, wie ein agiles Portfolio in einem Unternehmen einzuführen, was sicherlich sich einer Transformation total offen gegenüberstand, nichtsdestotrotz ist es nichts, was von jetzt auf gleich umgesetzt realisiert und perfekt funktioniert. Also das wäre eine Illusion. Ich weiß noch die ersten Tage, als ich auch bei der Truvia angefangen bin, habe ich immer geprägt, wir brauchen mindestens sieben Iterationen. Mindestens sieben, bis man überhaupt von einem funktionierenden, laufenden Prozess sprechen kann. Und das hat es auch wirklich gebraucht. Interessanterweise kann man sagen, ja, die siebte, die achte, die neunte Iteration ist dann vonstattengegen und dann hat man auch gemerkt, okay, das ist eine ganz andere Form der Diskussion, der Art und Weise, wie mit den Themen umgegangen ist. Und deswegen Geduld und Zeit, das Ganze, sage ich mal, reifen zu lassen und auch immer wieder jede Iteration als eine Chance zu sehen. Ich habe nämlich jedes Mal, wenn wir im Kollegenkreis zusammenkommen, auch die Möglichkeit, Dinge auch nochmal zu nachjustieren, anzupassen, vielleicht auch neue Aspekte reinzubringen. Und deswegen dieses Thema in sich nicht zu versteifen in der reinen Leere, sondern bewusst auch mal zu gucken, erstens, was habe ich für Themen vor mir? Zweitens, was habe ich für Menschen vor mir? Und auch, welche Emotionen begegne ich? Und diese Mischung, diesen Cocktail sich genau mal anzuschauen, den auf sich wirken zu lassen und in dem Kontext dann zu agieren, das ist das, was letztendlich generell Transformations- und Change-Prozesse ja auch ausmacht. Dafür, sage ich mal, ein gutes, sensibles Gefühl auch zu entwickeln und vor allem aber auch kontinuierlich auch weiterzuentwickeln. Es gibt Momente, da wird man auch sagen, ich glaube, jetzt ist auch genug ausdiskutiert, jetzt ist auch wirklich ein Punkt zu setzen. Und dann gibt es Momente, wo man sagt, das ist es für den Moment. Und lasst uns das gerne zwölf Wochen später nochmal betrachten, nochmal hinterfragen und dann überlegen, wie wir an der Stelle nochmal das Ganze weiterentwickeln und auch wachsen können. Wer oder was inspiriert dich tatsächlich an deiner beruflichen Tätigkeit? Gibt es Bücher, Podcasts oder Personen, die dich besonders inspirieren? Da gibt es tatsächlich einige, gerade Menschen, sage ich mal, mit besonderen Werdegang. Was heißt besonders? Es gibt, glaube ich, Menschen, die, sage ich mal, durchs Leben laufen und grundsätzlich funktionieren die Dinge sehr, sehr gut. Und ich sage immer, schön, Wetterlage kann jeder. Aber sich besonderen Herausforderungen zu stellen und persönlich wie beruflich besondere oder schwierige Umstände sich genauer anzuschauen, zu gucken, wie gehe ich in diesen Situationen um. Das ist das, was mich immer wieder beeindruckt, wenn Menschen diese Erfahrungen schildern und auch zeigen, wie sie aus solchen besonderen Umständen auch gewachsen sind oder was sie für sich damit mitgenommen haben oder wie sie vielleicht auch etwas, was nicht unbedingt glänzt, das so umwandeln, dass daraus wiederum neue Energie freigesetzt werden kann. Und da kommen unterschiedliche Personen mir gerade in den Sinn. Das ist vielleicht auf der einen Seite, jetzt wird vielleicht der andere schmunzeln, so jemand wie ein Arnold Schwarzenegger, wo man sagt, man assoziiert mit einem Arnold nur, sage ich mal, Muskelwasser oder das ist der Governor. Aber das ist auch ein Mensch, der sehr viel Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz, Disziplin, aber auch Herausforderungen in seinem Leben gemeistert hat. Und wenn man sich mal ein bisschen mit dem beschäftigt und er ist ja mittlerweile auch jemand, der sehr stark auch darüber spricht, was eigentlich Leben, Lebenswerk, aber auch Erfolge im Leben ausmacht und wie der Weg dahin auch zu kreieren ist, dann ist es wirklich absolut bemerkenswert. Und eine andere Persönlichkeit, die mich wirklich schon sehr, sehr viele Jahre, kann man schon fast sagen, emotional begleitet, das ist eine Sheryl Sandberg. Wirklich ein komplett anderes Extrem, die als Frau in einem Umfeld, auch glaube ich für eine Frau zu ihren Zeiten wahrscheinlich untypischen Umfeld unterwegs war, sehr, sehr erfolgreich unterwegs war und auch viel auch darüber geschrieben hat, aber auch Circles, also Zirkeln gegründet hat, um auch Frauen zu stärken und auch mal aufzuzeigen, welchen Weg musst du gehen, wie musst du gehen, auch ein Stück weit auch ermutigt, Mut zur Lücke zu haben und sich besonderen Herausforderungen auch einfach zu stellen. Eine absolut inspirierende Persönlichkeit und wahrscheinlich würde es jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich könnte dir noch wünschen, sicherlich locker jetzt aus dem Stehgreifen weitere greifen, aber mit solchen Menschen setze ich mich tatsächlich gerne auseinander und bewundere auch den Werdegang, aber vor allem auch die Fähigkeit, wie sie in bestimmten, gerade auch schwierigen Situationen umgegangen sind und sie gemeistert haben. Vielen Dank, Jule, für deine persönlichen Worte, für das Gespräch und insbesondere deine Erläuterung zur Portfolio-Strategie von Natruvia. Danke Marisa, schön, dass sie hier dabei sein durfte. War ein spannender und sehr kurzweiliger Austausch. Gerne wieder. Das freut mich. Als Fazit bleibt, eine klare Präsierung ist notwendig, um fokussiert an Lösungen zu arbeiten. Und ich hatte eingangs das Segelbild mit der Steuerfrau aufgemacht. Also wissen, wohin man steuert und welche Themen dafür notwendig sind, sind, glaube ich, in meiner Wahrnehmung so ein Stück weit der Kern des agilen Portfolio-Managements. Und ich glaube, dass das nicht immer einfach ist. Das kennen wir aus allen Lebenslagen. Eine klare Methode, Stichwort WSJF, kann dabei helfen, den Prozess zu strukturieren und Transparenz zu schaffen. Und dabei fast das Allerwichtigste, Julia, und das kenne ich auch aus deinem Daily Doing, ist das Thema Der Kunde ist König. Den Kunden von Beginn an mitzunehmen, einzubeziehen und zu fragen als entscheidender Erfolgsfaktor. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Fragen habt, dann vernetzt euch gerne mit uns auf LinkedIn. Das Profil würden wir in den Shownotes teilen. Und wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zum Thema, zum Beispiel per Mail oder per Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst uns eine gute Bewertung da und teilt den Podcast mit eurem Netzwerk. Bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance. Bis zum nächsten Mal.